Ich habe gerade ein Macholo gefangen und so beginnt das Video heute wieder im Luitpoi Park, wieder ein paar Macholos fangen. Bari schaut vorbei, Dimi schaut vorbei, Alex schaut wieder vorbei und schauen was so geht heute. So, du willst also Pokémon-Leister werden? Fangen wir, da sind auch noch andere Pokémon, die ich fangen aus. Ich habe gerade in ein Macholo gefangen, schlupft er nach. Au! Jetzt mal die voll scheißegal auskommt. Paras, gar nicht so schlecht. Ich brauche nur ein gutes Paraseck. Ich brauche nur ein Fisch. Ich brauche nur einen Dramatisch, wer es macht. Wir sind nicht schwer, sondern auch die Arme zu kuchen. Ich brauche nur einzuschauen. Es könnte noch mal kämpfen, welcher Korsbau-Leister kann. Wir haben auch eine Jaxame-Leister. Dann kannst du ja auch noch ein Bisschen an. Dann kannst du ja auch noch ein Bisschen öffnen. Ja, woher weißt du, dass ich es nicht habe? Oh mein Gott! Alter! War geschafft, das neue Update noch nicht. Ja. Ich kann ja nicht in der Früh nachschauen. Plus 3 Flying Tap Catch Buns, was heißt jetzt genau? Keine Ahnung. Dragosso. Ja. Ganz ehrlich, Dragosso, Zandan, Dicta. Die Boden-Pokémon sind bei uns richtig selten. Aber so richtig. Das kann man in Zandan-Nest. Vor dem letzten Update, ja. Echt jetzt? Wo? Nee, irgendwo Shrubbing. Alter! Wieso sind wir da nicht hin? Da habe ich noch nicht so gespielt. Oh mein Gott, klick schneller. Oh mein Gott. Da habe ich noch nicht gespürt. Was hat sich noch geändert? Die Arena-Kämpfe, gell? Arena-Kämpfe, ja. Keine Ahnung, hat Tati doch geschickt. Oh, Medaille. 50 Kampfer-Kämpfe. Das ist wichtig. Es fehlt nur noch einer, oder? Für dich. Ja. Dann habe ich 124. Wenn ich Macholo entwickle, kriege ich noch einen Bonbon. Ja, wegen Macholo. Genau, 125. Wir haben hier, glaube ich, sein letztes Macholo jetzt. Da habe ich es. Ich habe es geschafft. Die Frage ist, wird das Vorkamera jetzt entwickeln? Jetzt? Nicht. Ich habe eine Hoffnung, ein stärkeres zu finden heute. Ja, ich habe einen Macholo. Es hat 393. Hat gute IVs, mindestens 82. Aber mehr weiß ich auch nicht. Muss ich zu Hause genauer abchecken. Hier der Beweis. Oh, shit. Jetzt ist es weg. Da, 393. Schon markiert. 124 Bonbons. Die Attacken will ich. Karatzschlag, Kreuzhieb. So heftig, man. Ist auch noch ein Knudelhof die ganze Zeit bei Sightings. Ja, man. Die Frage ist echt, wo es ist. Das Knudelhof wäre schon echt heftig. So ein fettes mit Fund und Überstrahl. Was machen wir jetzt heute? Ich glaube, ich gehe jetzt heute. Jetzt kommt das Macholo. Ich werde eh kein besseres finden. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Schauen wir mal jetzt. Entwickeln. Also ich habe selbst Marschok noch nicht. Wird auch ein Pokédex-Eintrag. Ja. Boah, der schaut aus wie ich. Das ist ein richtiger Fitness-Typ. Das ist ein Wrestler. Er hat einen Gürtel drumrum. Oh, Mann. Boah, Charles hatte für heute einen Fuß-Kick über Roller. 640. Entwickeln wir mal gleich weiter. Schätz mal, was denkst du wird er kriegen? 1, 1, 1, 30. 1, 1, 30. Ich sage 1200. Wieder Pokédex-Eintrag. Macho Mai. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig schlecht. Oh mein Gott. Obwohl, ich bin der Attacken gar nicht so unzufrieden. Karatschlag über Roller. Steinkante. Ich weiß nicht, ob es besser wäre. Macho Mai mit zwei Kampfattacken. Karatschlag bin ich richtig glücklich. Kreuzi wäre halt zu saftig. Ich bin zufrieden. Schau mal, das check ich nicht. Dimi, sein 700er Macho Mai, hatte 100 Kp. Mein 946er Macho Mai hat nur 93 Kp. Wie geht das? Keine Ahnung. Ey, wie ist es meiner auch sehr gut? Was geht ab, Jungs? Mit bei dir, Ham? Hast du das Roller schon gefangen? Hast du in zwei Macho das schon gefangen? Ich habe auch zwei gerade, wo ich gekommen bin. Alter, bei mir spawnt nicht mal eins. Mein Gott. Wo ist Dimi? Ich brauchst ja ein Internet. Auf dem Weg. Meint der. Ok, ich leide End, Mann. Ich sehe das in Pokémon, aber es kommt einfach nichts. Sein GPS ist vollkommen. Wir fangen nicht die selben Macho, lass mal. Echt. Bei meinem Feld läuft weiter auch da dritten. Rechts. Ja, ich sehe das in Pokémon, aber es kommt halt nichts. Du bist. Aber du bist doch drin. Ja, aber... Siehst du das? Siehst du das? Ja, Han. Ja, du bist wohl. Komm, ich gib die. Oh mein Gott. Besser, Alter. Noch ein... Noch ein Hotspot-Sponsor, Mann. Ernst, geil. Hast du schon das Plus-Teil geholt, Ham? Ne, ich habe es nirgendwo gefunden. Ich schwöre, ich habe meins verloren, oder? Mein Gott. Weißt, ich habe ihm das gekauft. Zum Geburtstag war noch Geburtstagsgeschenk. Und ich verliere es. Nein, die Machollos waren da. Timi, wo ist deine Tasche? Du Gangster, Mann. Hey, ist da ein Machollo? Oh mein Gott, hier ist eins, aber... Wo? Zwischen den zwei Pokerserps bin ich gerade. Da hinten? Ja, Mann, da bin ich. Aber doch nicht. Wo, hier oder was? Ja, genau da. Da ist noch eins. Dann wollen wir nicht sagen. Ja, Mann, mein letztes. Gehen wir in die Richtung, oder? Aber keine Angst. Ich bin nicht so einer wie Barger schon. Hau dann ab. Nix bei dir, Mann. Warum soll ich das wissen? Ist okay, Alter, ist okay. Okay, auf geht's, Macholloyak, Mann. Mach mal. Ich bin froh, dass du nicht gekommen bist, Mann. Wieso? Du wärst auch so krank ausgelegen, Mann. Hä, wohin geht's? Da geht's, Mann. Da geht's. Da? Zwischen den zwei Stops. Ja. Hast du die Arena gesehen? Welche? Wie hier? Die Jungs haben hier gerade eine Arena angenommen, aber diese Frau hier ist gekommen, um sie einzunehmen. Die Jungs pushen dagegen, aber verlieren zu zweit gegen sie. Ja, Alex, Alex pusht dumm. Sie ist von Level 3 auf 1 gesunken. Ich weiß nicht, dass sie enden, wieso glaub ich nicht. Oh mein Gott, Mann. Das ist das. Ja, der ist das. Jetzt schaffen wir es locker, um die hier zu pushen. Die Arena ist down. Das haben wir doch nicht. Ja, ich könnte jetzt einfach reinstellen, aber nein. Nimm schnell rein, nimm schnell rein. Mach einfach, mach, mach, mach. Ne, ne, sie schafft es schon. Ich glaube, sie ziehst du das an. Hoffentlich ist sie Team Gelb, Mann. Oh mein Gott. Da steht so ein ekliges Crop-Programm. Nicht fair, sagt sie. Echt nicht fair, Mann. Ich schiebe mich an. Nein, zwei. Nur zwei. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr viel Akku. Ein Prozent noch. Das ist doch angesteckt, Mann. Ein Prozent. Es geht immer weniger irgendwie beim Alex. Yes! Das ist saftig. Wie viel habe ich jetzt? 36. Ich brauche noch. Komm. Schnell, 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 schnell. Komm. Foucano. Foucano. Oh mein Gott, das ist echt behindert, Mann. Das ist saftig, Mann. Den bräuchte ich. Ich brauche noch vier Bomben. Ich habe schon Knöcker. Und? Komm. Komm. Foucano. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Eier hast du noch? Noch zwei, gell? Ich will vorher dreht das Handy aus, Mann. Nein, Mann. Jetzt kommt das Letzte. Nur das Letzte noch. Sonst tot, Mann. Oh mein Gott, das war's. Hä? Fünf war ja nur. Okay. Was war das? Habe ich mich verzählt? Oh mein Gott, ich habe mich echt verzählt. Das war's von uns. Oh mein Gott. Das war's von uns. Das war's von mir. Schaut's beim Blue Pull Pack vorbei. Falls ihr noch mal Lust braucht. Sonst vergesst nicht. Pokémon is your business. Schaut's beim Explosion. profigen Jennifer's THIS